Labyrinthische Revanche. Na, warum? Wir sind den falschen Weg gegangen. Ach, shit. Lava. Lava keinen Scheiß. Hä? Okay. Ich soll da runterspringen, oder? Alter, das ist ziemlich hoch. Okay. Aber besonders viel... Ah, da. Endlich. Ich wollte schon sagen, die können doch nicht von mir verlangen, dass ich so weit da runterspringe. Weil das ist auch Fallschaden. Und wenn man an der Stelle wenige Lebenspunkte hatte, konnte man sich das in die Pfeife rauchen. In der Pfeife rauchen. Mhm. Oh, nein. Hm, was nehme ich denn fernkomm... Ah, eins. Wo ist das? Hm. Die Uhr... Javawuki-Stab ist hier. Ja. Ich frage mich, ob das reicht. Oh, das geht unter. Seid ihr wahnsinnig. Wow. Aber der Javawuki-Stab ist ziemlich... hoffa. Es waren jetzt zwei Schüsse. Und ich hab eigentlich kaum Essenz dafür verbraucht. Den sollte ich mal öfter nutzen. Das Teil. Ja, ja. Ne, böses Gesicht ist besser. So, da geht's... Ah. Ah. Weg mit euch. Hier. Komm. 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 Ah, weg mit euch, aber komm, ne? Hier, ne? Ich will euch endgültig loswerden hier. Da. Ja. Ja, ja. Komm, schrei... Entscheide dich! Komm, zurück. Jetzt, hier, komm. Gib nicht deine Energie. Komm her, komm her, komm her. Ach Gott, war das ein schlechter Wurf. Wo auch immer die den jetzt hingeschmissen hat. Na, bitte. Die, die immer kleiner werden. Putzig. Wirklich putzig. So. Dann nehme ich an, müssen wir... So, auf die andere Seite. Das war gerade eine... Ach. Mach ich das jetzt so noch weiter, oder? Weil ein Hit und ich bin weg. Hm. Ja, ich mach so weiter. Safe. Wow. Ah, okay. Na? Was? Okay. Duisch! Das... Nein! Raus! Lass mich raus! Na! Raus, 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 raus! So. Kriegt der Dreck nochmal so eins. Das dürfte denen außer Kraft setzen. Sehr gut. Oh mein Gott. Ich hasse diese Gegner. Was ist denn... Oh. Nein. Hm. 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 Jetzt sind wir aber so langsam im Schloss. Das sieht gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Wow, wow, wow. Den hab ich aus der Entfernung nicht kommen sehen, den Schuss. Ja, mach bumm. Mach bumm. Einer ist zumindest schon weg. Der andere steht da immer noch. Interessante Art zu zielen, hast du, Kollege. Und eine interessante Art, dich mir in den Weg zu stellen. Kannst du überhaupt sterben? Kannst du überhaupt sterben? Ei. Du siehst mir nicht so aus, als wenn du sonderlich viele Möglichkeiten hast. Okay, aber Schaden kriegt der schon. Nee. So, was hältst du davon? Yeah. 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 Der. Tod. Okay, es ist eine Dampffabrik. Aber. Wer kommt auf so eine Idee, Wasser so stumpf auf Lava trotfeln zu lassen? Na, trotfeln ist das ja schon nicht. Nicht mehr. Ob wir da hochkommen? Das sieht mir irgendwie nach einem anderen Weg aus. Alles in bester Ordnung, ne? Ich weiß nicht, was das gerade war, aber... Wow. Wow. Okay, äh, hochziehen wir rechts, klick. Ja, sekundärer Weg war das jetzt nicht. Wow. Äh, na gut. Ich hab zumindest im Endeffekt nichts ver... Oh, du bist ja putzig. Wollen wir uns kloppen? Wollen wir uns kloppen? Ah, ja. Leg dich nicht mit, Alice, an. Ja, und du auch? Oh, ja. Tod. Drei Hits und ihr seid erledigt. Drei Treffer und das war's mit euch. Ich hab das Gefühl, ich speichere geradezu häufig. Und... Ja, ich wollte doch sagen, ich hab da was gesehen. He, he, he. Ja, aha. Und ich hab keinen Bock auf euch. Darum lass ich euch brennen. Warum? Wieso in dem Moment noch? Na, danke. Ich hab grad... ...die Illusion gehabt. Hier wär noch einer. Ich will ins Schloss. Fuck. Hier, hast was zum Spielen. Äh, ja. Stirb, stirb. Oh, stimmt ja. Die schießen. Na. Wir mussten... Wow. Mal kurz meine Nase... Meine Nase juckt und... Was war das jetzt wieder? Das Spiel hat eindeutig Probleme mit Türen. Wie ihr seht. Äh. Dann verschwinden nämlich alle anderen beweglichen Objekte. ...außer Alice. Einen Moment. So. Entschuldigung. Könnte jetzt sein, dass ich etwas lauter bin. Aber ich glaub, ich hab das Mikrofon jetzt etwas näher als vorhin. Aber das sollte dennoch kein Problem sein, hoffe ich. Ihr hört mich ja. Laut genug. Hoffentlich. Natürlich. Das ergibt Sinn. Machen wir das mal so. Na? Juhu. Stirb am Feuer. Oder stirb am Messer. Ähm... Wieso hat er zwei Waffen... Wow. Verloren? Jetzt durfte ich das nicht mal aufnehmen. Na gut. Aber da hängen wieder verdammt viele rum, ne? Okay. Die machen viel... ...kaputt. Und ich musste gerade mein Headset etwas richten. Falls ihr das gehört haben solltet. Wovon ich wohl ausgehe. Na? Da ist die Box wieder. Und hier ist was zum... Ah, gut. Ah, gut. Gestorben. Auch gestorben. Ah, wunderbar. Wir machen den Weg frei. Sehr schön. Das ist verschlossen. Warum? Jetzt ist das da hochgehüpft. Äh... Hier. Knochen. Spiel damit. Na. Nein. Wieso? Ja, gib mir deine Energie. So, danke. Du hast mich nämlich zum Brennen gebracht. Oder... Weg mit dir. Weg. Weg mit dir. Dass wir... Dass man so eine lange Cooldown auf den Waffen hat. Das ist schon übel. Yeah, T-Bag. Ja, so fast. Ah, ich will endlich aus diesem doofen Labyrinth raus. Langsam geht die mir auf die Nüsse. Ach, ich will endlich aus der Revanche raus. Ja. Wo kommen wir hier denn hin? Wo kommen wir hier denn hin? Na, komm. Weg damit. Danke. Das war jetzt überhaupt nicht schwer. Ach so. Ach so. Da sind wir ja einmal durchgegangen eben. Ah, jetzt sind wir drum rumgegangen. Okay. Hier. Ich spiel damit. Ich spiel damit. Und ich pass... Wieso tänzelt das Feuer denn da hin? Ich wollte gerade sagen und ich pass jetzt auf, dass ich vom Feuer nicht wieder getroffen werde. Hm, das war ja was. Egal. Habe ich gerade richtig gesehen, dass die sich da festgehalten hat? Da oben drauf kann man den sehr gut gebrauchen. Ja. Das funktioniert ja noch wie letztens. Oh, den Gegner abgewehrt damit. Hey, damit passt das ja echt gut. Sehr schön. Sehr schön. Aufpassen, dass wir selber nicht verbrennen. Alles mitnehmen, was nicht nid- und nagerfest ist. Und dann geht's ja wieder hoch. Hopp. Hopp. Ich will der Alice zwar nicht so gesehen unter den Rock gucken. Ähm. Irgendwie komme ich hier jetzt gerade nicht mehr weg. Ah, doch. Doch.